Hallo und herzlich willkommen zu meiner Folge EFT. Ich bin zurück aus meinem Urlaub. Wenn das Ganze rauskommt, ist das schon lange, lange alles Geschichte. Er soll trotzdem natürlich auf dem Laufenden bleiben. Und ja, ich war jetzt im Urlaub. Leider habe ich eine schlechte Nachricht. Meine Brille ist kaputt gegangen im Urlaub. Das bedeutet, ja, ich spiele gerade mit meiner Brille, die etwas älter ist. Das heißt, ich sehe nicht mehr ganz so viel damit. Wird spannend. Versicherung abholen. Okay, können wir noch machen, cool. Oh, die Weste. 39 von 41. Wie gut die allerdings ist, ist die Frage. Wir haben das letzte Mal sehr, sehr erfolgreich geratet. Die letzten paar Mal tatsächlich erfolgreich geratet. Haben ordentlich viel Zeug reingekriegt. Ihr habt gesehen, ich habe noch nicht sortiert. War, wie gesagt, im Urlaub. Wir haben Tetris gefunden, unter anderem, der mega viel wert war. Stims und so weiter. Coole Rüstung. Coole Waffe M4A1. Halb gemottet zumindest schon mal. Mit unserer P90 momentan noch unterwegs. Und einer wirklich guten Ammo, muss man sagen. Ich würde jetzt tatsächlich das Ganze einmal so fortführen wollen. Aber, bevor wir das jetzt machen, gehen wir einmal ganz kurz Dinge verkaufen. Hier brauchen wir Level 26. Umsatz haben wir eigentlich schon. Brauchen wir noch irgendwo Umsatz? Hier brauchen wir Umsatz. Okay, perfekt. Weil, wir können hier direkt das Zeug natürlich dann auch verkaufen. Theoretisch. Gut, das ganze Zeug brauchen wir eigentlich nicht. Der kostet 6.000. Das Ding hier. 32.000 für die Weste. Was? Tetris würde 58.000 bringen. Das ist ein Level 30er Spieler gewesen. 52.000 gekauft. Die PCs brauchen wir nicht. 13.000. Die Dinger können auch weg. Wir haben das letzte Mal die ganzen Rechner auseinandergebaut. Wir haben noch sehr viele Rüstungen. Unter anderem. Wir haben auch noch sehr viele Helme, muss man sagen. Können wir das Ding? Ja, ich kann hier rein. Ich muss ein bisschen sortieren. Wir müssen ein bisschen Waffen verkaufen. Wir haben Massen an Waffen und so weiter und so fort. Ich werde mich mal um ein paar Kisten wahrscheinlich nochmal bemühen. In der nächsten Zeit. Mal gucken, was wir da so finden können. Wir haben hier noch 30 Schussmagazine. Die können, glaube ich, auch erstmal weg. Wir nicht kaufen die Dinger einfach neu. Es ist relativ, relativ egal und entspannt, was wir mit unserem ganzen Zeug letztendlich anfangen. Ja, wir haben ein bisschen Platz. Ich würde nämlich sagen, wir gucken erstmal ins Versteck. Ich würde versuchen, ein bisschen weniger zu spielen in der Folge. Wir machen ein bisschen mehr Versteck. Wir machen Scafran unter anderem natürlich auch. Aufgrund dessen, dass ich nicht weiß, wie gut ich mit diesem April erzielen kann. Ist tatsächlich ein kleines Handicap, was ich jetzt habe. Aber die Neue ist bestellt. Dauert allerdings natürlich, bis die ein bisschen da ist. So, defekte Wand. Das sind wir, glaube ich, durch, oder? Installieren. Genau. Oh, sehr schön. Wand abreißen. Wand abreißen. Oh, Bedarf. Willst du? Ach, nochmal drei Stunden zum Wand abreißen, oder was? Gut, das kann wohl nicht mehr sein. Bei 1,6 Millionen Rubel. Erweitern. Erweitern, ja, gerne. Das dauert jetzt nochmal. Achso, weil er nur ein Stück rausgekloppt hat. Achso, wir kloppen das Stück für Stück raus, oder was? Okay, strange. Wir haben das letzte Mal ein bisschen was erweitert. Hier können wir gar nicht mehr. Das Sicherheitssystem ist tatsächlich auf Maximum. Generator wäre die nächste Stufe. Brauchen wir Rackman auf... Mechanik war es auf der nächsten Stufe. Belüftung ist auch komplett ausgebaut. Lager ist komplett ausgebaut. Toilette ist komplett ausgebaut. Da können wir mittlerweile auch wirklich sehr gutes Zeug. Wir können sogar eine Scaf-Kiste anfertigen. Ja, die sind nicht leer, aber drei Magazinkoffer. Aber ich glaube, das Ding können wir uns da... Wir haben 1,6 Millionen Rubel. Könnten wir uns auch leisten, tatsächlich. Stufe 2 hier wäre ganz cool. Auch Stufe 3 Mechanik. Okay, daran scheitert es momentan. Schießstand Stufe 2. Der wäre cool. Problem ist, sechs Motoren. Das ist eine Stange. Aber ich habe auch ein bisschen ein Problem. Ich glaube nicht, dass wir das Zeug finden werden, tatsächlich. Drei von den Dingern. What? What? Okay, Mechanik Stufe 2. Wieso haben wir den noch nicht? Gesperrt. Für diesen Gestern musst du erst eine Quest abschließen. Okay, das sollten wir vielleicht vorher schaffen. Das wäre nicht das Schlechterste, auf jeden Fall. Heizungsstufe 3 ist aber am Maximum angekommen, tatsächlich. Wohnbereich. Geht noch eine Stufe. Fehlt uns Gear. Erste Hilfe. Fehlt uns Therapist. Richtig. Ah, jetzt hätten wir sogar einen Letex. Okay. Wassersammler. Geht Stufe 3. Der wäre Generator Stufe 3. Beleuchtung Stufe 3. Informationszentrum. Das wäre wiederum richtig nice, tatsächlich. Bräuchten wir aber erst Hilfe Stufe 3. Es ist alles so ein bisschen Abhängigkeiten, was momentan ein Problem darstellt. Und hier wieder Mechanik. Mechanik ist für den Hideout sehr wichtig, so wie es aussieht. So, kurzer Moment. So, also. Wir werden uns auch in dieser Folge wieder auf die Suche nach den Grafikkarten geben. Fangen wir direkt mal an. Also Hideout ist immer so weit erstmal durch. Alles, was wir machen können. Wir haben uns mit P90 momentan am Start. Ich würde sagen, da wir auch Grafikkarten und eine hatten wir ja tatsächlich gefunden. Auch mit dem Skeff farmen können. Gehen wir einfach direkt mal mit dem Skeff rein. Und zwar auf Interchange. Und werden uns einmal das Ganze angucken. So, sagen direkt BeRide. Und dann einmal rein in dieses Vergnügen. Wir werden wieder jetzt ganz normal die Läden ablaufen. Das müsste alles soweit funktionieren. So, irgendwo finde ich auch meine Karte. Von Interchange. So, sonst bei Google einfach EFT Interchange Map eingeben. Und dann hat man das ganze Ding schon. Idealerweise blendet ihr euch einfach mal alles aus, was ihr nicht braucht. Und lasst euch das dann zeigen, was ihr möchtet. Beispielsweise die Exits, die PC-Räume, was auch immer. Wir werden einmal wieder die Räume bei IDEA versuchen durchzulaufen. Oli, vielleicht die PCs abzulaufen und so weiter und so fort. Sind es bei 19 Minuten drin. Das ist relativ kurz tatsächlich. Und müssen mal gucken, wo genau wir jetzt wieder Sinn. Erstmal Orientierung finden. Immer das Wichtigste. IDEA links von uns. Ne, Oli ist links von uns. Weiß da blau ist. Können direkt unten rein und können mal gucken. Also, idealerweise kriegen wir vielleicht nur irgendwo eine NPC-Leiche oder sonst irgendwas. Oder schießen selber ein Blatt. Mit einer Schrumpflin, da haben wir tatsächlich eine relativ vernünftige Chance. Immer wichtig ist nochmal R zu drücken. Man weiß nämlich nicht, wie viele Kugeln im Lauf sind. Können nämlich weniger sein, wie man denkt. So, und hier unten war man noch nicht wirklich viel drin. Im unteren Bereich. Deswegen auch hier. Meine Kenntnisse halten sich hier massiv in Grenzen. Aber wir werden schon was finden. Da ist schon mal eine Bag. Wir haben leider momentan, ja, wir haben keinen Rucksack. Wir haben mehr ziemlich runtergeschossene Rüstungen. Wir haben Waffenteile von 5000 Rubel. Momentan ist die Auslösung der Skeffern noch recht bescheiden. Wir haben auch sehr wenig Skeff gespielt, muss man leider dazu sagen. Da hätten wir ein bisschen mehr rein investieren müssen. Dann hätten wir bessere, ja, bessere Möglichkeiten. Aber, man muss auch sagen, wir haben es nicht gebraucht. Und brauchen wir es eigentlich nach wie vor auch nicht. Aber jetzt gerade, um wieder ein bisschen reinzukommen, ist es gar nicht schlecht. So, da können wir hoch. Wir wollen nach oben, auf jeden Fall. Dann gucken wir mal. So, erstmal den Ton richtig hochdrehen. Waffenkiste. A1. Ich glaube, die Muni ist recht teuer. Battle Pro. Ja, leider keine Möglichkeit, das anzuschrauben. So, dann gucken wir erstmal hoch. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Oli, so wie es aussieht. Da haben wir massiv viele PCs. Die werden auf jeden Fall auch noch gefeidet. Ah ne, mit doch hier. Oli. Mittendrin. Wissen wir sogar, wo wir sind? Hier sind wir immer vorbeigelaufen. Wenn wir in Richtung Idea wollten. Und wir laufen jetzt nach da vorne und gucken mal. Dass wir hier die Krakas mitnehmen. Hier drin können wir schon mal die ersten versuchen, wieder mitzunehmen. Und zwar hier. Oder war das? Ne, hier hinter war das, glaube ich. Da haben wir ja die zwei PCs. Und ja, wenn wir die Kraka haben, einwandfrei. Wenn wir keine haben... Ich habe keine Ahnung, von wo der Schuss auf mich kam, aber er kam auf mich. Ja, ich habe keine Ahnung, von wo der Schuss auf mich kam. Ich habe keine Ahnung, von wo der Schuss auf mich kam. Das Pinke hat mich gerade fasziniert, was da rumlag. Ich weiß gar nicht, haben wir Slugs? Wir haben keine Muni mehr. Drei Schuss haben wir noch. Wir riskieren es. Scheiß drauf. Ich weiß, wo er ist. Okay, wir haben ihn. Da liegt noch einer. What? Stufe 8. Wir haben keine Muni mehr für unsere. Den gesilenceden Musinen. Alter, was ist denn hier los? Stufe 7. Cool, mal Blayer-Leichen. Ganz ehrlich, das Ding ist mit zwei Schuss besser wie uns das. Oh, die Zigaretten bräuchten wir sogar. Weg, weg, weg. Das können wir eigentlich behalten. Das hier rein, das hier rein, das hier weg, das hier rüber. Oh, der Meinung ist, ich habe was gehört. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, wir haben nicht so viel Zeit. Piranha. Okay, immerhin. Haben wir auch für die Schrotze wieder was. Also, wenn wir denen ins Gesicht schießen, haben wir natürlich die besten Chancen. Ah, ne, das ist uns das besser. Oh, ein Achter-Schrotflinde. Ah, hier haben wir Slugs. 20 Stück. Einwand frei. Äh, Waffenteile, ciao. Dann nehmen wir lieber die Slugs tatsächlich mit. Aber die 20 reichen mir. Die Rubel packen wir mit ein. Die Granate wäre zwar nett. Können wir auch nicht wirklich was mit anfangen gerade. Ein Key. Brauchen wir nicht wirklich. Das, den können wir uns reinziehen. Dann würde ich sagen. Wir gucken mal in Richtung der Büroräume. Äh, wir machen die Schrotze. Acht Schuss waren drin. Dürfen Slugs sein, weil wir die gelootet haben von ihm. Eine Maske können wir mitnehmen. Äh, das hier ist nicht aufmachbar. Du auch nicht, oder? Doch, öffnen. War hier ein Rechner dabei. PC. Ein PC. Ein PC. Hier haben wir aber PCs. Beziehungsweise auf den Tischen kann natürlich auch Zeug rumliegen. Waffenkiste. Unresant. Der Handboer ist gar nicht schlecht tatsächlich. Oh, was ist denn hier drin? Kommando-Rig. What? Du hast mehr Platz, oder? Ja. Fette Handfeuerwaffe. So, Rechner. Äh, fehlt uns immer noch ein USB-Stick? Ich glaube, ja. Ich bin jetzt tatsächlich, ich habe eine Woche nicht gespielt. Über eine Woche tatsächlich nicht gespielt. Aber das ist auf jeden Fall mal ein Scaf-Rand. Der lohnt sich schon mal, würde ich sagen. Das ist schon mal lohnenswert. Vor allem, weil wir auch einen tatsächlich hingestreckt haben. Das gibt mega viele Erfahrungspunkte für unseren Scaf. Und natürlich die Waffen, die Rüstung ist cool, die wir rausgezogen haben. Hier wäre noch ein Netzteil dabei. Das können wir, eigentlich können wir das mitnehmen tatsächlich. Das Ding ist einiges wert. Müssen wir gucken, dass wir auch, ah, zwölf Minuten, dass wir da noch irgendwann rauskommen. Rechner. Nope, nope, nope. Wilszelnzigaretten. Das sind, glaube ich, nicht die, die wir brauchen. Hier war schon einer. Kannst du die jetzt von hinten? Wie gesagt, Krakas wäre das Non-Bus-Ultra. Die sind noch nicht gelootet immerhin. Da sind noch Drähte drin. Kann sein, dass ich in der Hektik was übersehe. Da ist nur so zu öffnen. Du auch. Du bist eine Toilette. Dich schraubern ich. Interessant wäre noch Idea. Blöde Frage, wo müssen wir raus? Müssen raus. Emma kommen. Emma kommen beim Oli hinten. Können wir eigentlich direkt wieder durch. Achso, hier sind ja auch noch Rechner. Oder? Ja. Du hast überall PCs in den Empfangsbereichen stehen. Ein RAM-Riegel, warum nicht? Ja, auch nicht. Ein Motor wäre noch geil. Gucken wir jetzt, dass wir hinten rauskommen. Irgendwo dahinten würde eine Tür sein. Da haben wir zumindest Zeug rausgetragen, was sich gelohnt hat. Wir haben einige PCs durchsucht. Wir hatten halt jetzt kein Glück mit der Grafikkarte, aber es kann nicht immer eine dabei sein. Wir haben halt jetzt auch nicht ewig Zeit. Für das Ganze. Ich sehe nur in den Gralen nichts rumliegen, was jetzt irgendwie von Interesse wäre. So, Lager. Das ist schon mal gut. Da ist eine Tür. Da ist auch eine Tür. Das ist hinter uns. Das kann mir egal sein. Ein bisschen Ausdauer pumpen. So, da ist unser Kontrollpunkt. Blutmäßig haben wir ein bisschen was. Neun Minuten noch. Wir haben theoretisch, haben wir noch ein bisschen Zeit. Also, ganz so schnell müssten wir eigentlich nicht raus. Aber ich bin damit zufrieden, tatsächlich, was wir haben. Wir haben ein paar Waffen mitgenommen, mal drum und dran. Die Krakas sollten nicht sein. Jetzt irgendwie nochmal Richtung Idea zu rennen, wäre relativ sinnfrei. Ähm, wir können jetzt über die Straße ganz normal hier raus. Sind nicht allzu schwer beladen. Ausdauermäßig geht's uns okay. Und wir haben Spieler mit dem letzten Schrot für den Schuss hier gestreckt, immerhin. Und hinter uns wird noch ordentlich geballert. Sagen wir mal, war eine okaye Runde. Klar, eine Kraka wäre jetzt einwandfrei gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. So, einmal hier. Herzlichen Dank. Und jetzt können sie mich mal. Sehr schön, ein bisschen was der Mut rausgenüßt schleppt. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, 200.000 Rubel müssten es drin sein. Ich glaube, das Netzteil ist schon 30, 40, 50.000 wert. 1.600, wir haben ein Bär getötet im Thorax auf 2,4 Meter. Schön. Und ja, jetzt dann dementsprechend einmal den guten Dude hier leerziehen. Eine coole, also zumindest eine gesilenced, muss ich sehen, so mit kurzem Lauf. Ist jetzt nicht mega nice, aber besser wie nichts. Das Ding hier, das Ding hier, die ist Sporttasche. Kriegen wir irgendwo das Kommando-Rig unter? Wahrscheinlich, ja, jetzt wird wieder Tetris. Das Ding ist voll, oder? Ja, natürlich, jetzt ist es voll. Jetzt wird es wieder schwer. Können wir? Ne, sortieren können wir nicht. Zwischenablage auch nicht wirklich drin. Schrotz ist zu lang. Den packen wir da hin, den packen wir da hin. Das Kommando-Rig hier hin. Ah, guck mal, die hier wären frei tatsächlich. Da könnte man auch notfalls noch was reinstecken, aber es passt. So, weiter, weiter. Man könnte auch alles neben drücken, dann funktioniert das auch. Dann sortiert das automatisch ein, aber wenn da halt oben was eins sortiert wird, finde ich das nie wieder. Und dann können wir das Zeug relativ zügig verticken. So, einmal hier, einmal da, einmal dort. Filter nach Item. Das Ding ist schon 36.000 wert. Ich würde mal sagen, verkaufe erst mal das Zeug einem Händler, was Skier so nimmt, weil wir eben sowieso einen Umsatz brauchen. Da können wir zumindest die Kniften verkaufen komplett. Die Trooper-Weste können wir sogar behalten. Die Muni ist echt teuer. Okay, 5.000 nur, aber komm, nimm das Ding. Die Knifte auch nochmal dazu. Sind wir bei 62.000, die wir nochmal bei Skierumsatz machen. Sehr schön, 1,5. Da haben wir es schon beinahe. Hier fehlt uns massiv viel, aber da können wir einfach Geld dafür tauschen. Das ist nicht das große Problem. Äh, Jäger nimmt das Messer. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Wir haben keine Weste dran. Interessant. Äh, 130. Das Ding können wir reparieren. Trooper-Weste. Mit der P90. So, dann hoffen wir einfach auf einen recht ruhigen Raid. Und gehen in der Challenge und hoffen einfach das Beste mit unserem PMC. Und meiner, naja, Schießkünste sind momentan nicht vorhanden. Alright. Und gucken mal, wie es läuft mit unserer P90. Geile Waffe. Also ich mag tatsächlich, die Schnellfeuerwaffen liegen mir besser wie alle anderen. Ich brauche mal mehr Kugeln meistens, bis die Gegner fallen. Im Moment. Aber dafür sind sie ja da. Könnte man glaube ich noch ein bisschen weiter modifizieren. Aber eigentlich eine schicke Waffe. Sehr viele Kugeln in weniger Zeit. Cool wäre mal eine Vector zu spielen tatsächlich. Eigentlich nie gespielt. Ich habe mal eine gefunden gehabt. Die wurde mir innerhalb von drei Sekunden wieder genommen. Aber eine Vector würde ich gerne mal spielen. Ah, schaffen wir bestimmt auch noch. Viel ausprobiert haben wir ja schon. So, sehr schön. Oh, wir sind am Arsch der Welt, oder was? Wir sind tatsächlich am Arsch der Welt. Volle, Walfi. Okay, wir gucken mal, dass wir dementsprechend, ja, bei IDEA gehen wir rein. Hier in IDEA schnell die Krakerplätze ab und alles drum und dran. Gucken wir mal, was wir so reißen können. Was haben wir drin? Einzelfeuer. Vollautomatik. Danke. Versteck ist... Nicht da. Ne, müsste man denn schon sehen. Wir gehen frontal rein. Ich habe hier noch... Okay. Da ist schon Action. Wir werden wahrscheinlich wieder auf ein bisschen Gegenwehr treffen, aber sei es drum. Das ist aber wieder nach einer... Vielleicht fühlen wir wieder Tamal-Johnny. Wer weiß. Ah, guck mal, die Ausdauer geht auch mittlerweile eigentlich ganz gut. Klar. Zumindest am Anfang. Wie Sie sehen, sehen Sie jetzt nicht wenig. Wir haben keinen Rucksack dabei. Ähm, ist jetzt aber nicht so schlimm. Wir werden uns schon was erlooten. Was ist das, wenn da einer hockt? So, hier im Offenen bin ich ungerne. So, jetzt haben wir ein bisschen Deckung. Deutlich angenehmer. Saft ist schon mal gut. Nägel nehmen wir auch mit. So, dann gucken wir mal hier. G-Phone. Kein Tetris. Schade. Noch ein G-Phone. Das Zeug liegt halt überall rum, praktisch. So, und uns geht es natürlich um die Kraka. Defekter LCD. Die Chance ist halt relativ gering, aber ich meine, du hast zwei Milliarden PCs hier, die du looten kannst. Tieflack. Du bist keine Kraka, du bist wieder ein defekter LCD. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hinten rum. Da war ein bisschen weniger Action. Richtung Uli. Die Sau hat gewartet. Unser Arm ist gerade noch so dran. Also, es war echt knapp. Haben wir hier gewechselt? Ja, ich glaube. Ist egal, wir wechseln nochmal. Okay, die Ecke ist scheiße hier. Das war besser. Das war viel besser. Okay. Muss ein Magazin stopfen. Das eine hat aber komplett durchgeballert. Das sind 50 Schuss. War aber auch ein Spieler. Ein G-Phone X und ein G-Phone. Den Stecker brauchen wir nicht, ehrlich gesagt. Glauben wir noch momentan am meisten wert. Ah, Rüstung hat ein bisschen was gefangen. Ist nicht mega viel, aber ein bisschen was. Die Muni ist halt echt nicht schlecht, die wir schießen. So, wir gucken mal ganz kurz. Moin. Moin, wir sind sie und das können sie. Sein Dings ist durch. Er hatte nur eine... Okay. Nee, er hatte auch die AK. Stufe 26er. Er hat uns einen Rucksack mitgebracht. Sag ich doch. Und zwei Milliarden AK-Magazine. Rüstung behalten wir unsere tatsächlich. Nehmen wir uns so ein AK-Magazin mit. Naja, wir müssen die zweite Waffe schnappst immer wieder überladen. Das lassen wir. Wir sind mit unserer P90 momentan noch am zufriedensten. Das müssten Skeft nur gewesen sein. Jo. Na, Seiga. Ugemottete Clock. Poshonga, brauchen wir. Obel, gerne. Er mit. Ach so, dann haben wir wieder die... Das Problem, der... Auf der 1 liegt die. Tactical Device. Nice. So, dann laden wir schon einmal komplett durch. Wir müssen jetzt immerhin schon mal... Einen Spiel haben wir rausgenommen. Was war das denn? Alter, das sah aus wie Schüsse auf mich. Das war ein Lichtfehler. WTF. So, zum Oli will ich noch. Die PCs nach wie vor, wie gesagt, durchsuchen. Es geht hauptsächlich um die Grafikkarten. So eine Bitcoin-Farm wäre schon cool, wenn wir hätten. Ja, dann wären... Eine Gasflasche. So, ganz kurz. Wir gucken mal, was der am Rucksack hat. Wahrscheinlich nicht viel. Er ist leer, okay. So viel dazu. Aber nett, von ihm uns den Rucksack mitzubringen. Okay. Stopfen wir schnell noch ein bisschen was. Ein paar neue, äh, coole Headset... Äh, coole Headset eigentlich haben wir bekommen. Ah, die Schubbargerstabler versichern können. Und ein Tuschonker. Tuschonker brauchen wir auch noch ein paar. Wobei wir die hier tatsächlich, glaube ich, bekommen würden. Findet man die nicht hier sogar? Da müssen doch eigentlich Lebensmittel in den Regalen rumliegen. Diese Graf... Äh, Soundbugs. Ich habe rechts was gehört. Das hier gar nichts in den Regalen immer rumliegt. Strange. Ich gehe hier lang. Ich gehe hier lang. Scheff. Hätte mal eins in den Feuer theoretisch stellen können. Waren zwei Kugel statt einer. Ist aber relativ latte. Das Stück, wo du ein bisschen schneller sein möchtest. So, wir wechseln mal das Magazin. Da liegt schon wieder ein Handbohrer. Ihn hat... Hat uns unser Scaff aber mitgebracht. Hier liegen überall so Schraubendreher und lauter so Zeug rum in den Regalen. Hier auch wieder. Da ist auch Einzelschuss wieder besser gewesen. Wir haben aber wohl nur ein Scaff. Na, gucken wir aber mal. Wer weiß, wer weiß. Jo, ein Scaff. Na, VPO. Oh, das hätte unangenehm werden können. Links von mir war es. Ja, genau. Okay. Das ist eigentlich hier überall fest. Also da kann was gewesen sein, ehrlich gesagt nicht warten, bis wir es rausfinden. Wir gehen lieber direkt weiter. Hier ist auch irgendwo einer. Da vorne rennt was. Das ist ehrlich gesagt nicht. Oh, ein Pain killer. Ich glaube wir haben beide. Einer lebt noch. Wenn ich ihn ziehen würde, er steht irgendwo rechts. Irgendwo in den Büschen. Das Problem ist, er kann da durchgucken, ich nicht. Sehen nicht. Unangenehm. Können wir die Tür hier zumachen? Ja, oder? Natürlich beide. Ist relativ uninteressant für uns der Typ. Ich glaube hier drin war aber noch gar nicht, oder? Das ist ein Rechner. Wenn jetzt höchstens eine Granate vielleicht werfen können, um rauszufinden wo er ungefähr ist. 5555. Okay, wir müssen gleich mal was essen. Faktoren zahlt uns jetzt ein bisschen was gekostet tatsächlich. Sind da auch Rechner? Ja, oder? Ja, das ist der... Ah ja, das ist der Bereich hier. Gefährlich, wenn hier offen ist. Ist das ein USB-Stick? Ah ja, aber nicht lootbar. Caps brauchen wir nicht. Ah, was zu essen. Das ist gut. Was zu trinken wäre doch geil. Da liegt noch ein USB-Stick. Der uns nichts bringt. Eine Kraka. Eine HDD. Keine Kraka. Ein Kühler. Machen wir auch noch. Da liegt Leute Dose auf dem Boden. Wenn ich das jetzt ansatzweise vernünftig gesehen habe. Schade. Ein Deo müsste das sein oder sowas. So, nächster Raum. Der war jetzt noch zu. Lüfter. Lüfter. Beziehungsweise was gewesen wäre, was uns was bringt. Nochmal Rotons, aber wir bräuchten Trinken. Kabel. Letzte Zeit ist zu schwer. Sind Leute eh schon wieder überladen. Die vertragen ja leider nicht allzu viel. Kabel. Ja. Ah, guck mal. Hier ist eh noch ein Rechner. Caps. Gönn dir. Papier. 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 Dann würde ich sagen. Jetzt sind wir wieder oben. Da wo wir reingekommen sind. Da wo wir reingekommen sind praktisch. Gucken wir, ob wir vorne entlang kommen. Da wo wir jetzt massiv beschossen worden sind praktisch. Ja. Das war jetzt. Dann kam das ein Schein. Und dann kam das dazu. Okay, bitte. Dann kam das raus. Okay, dann kam das raus. Dann kam das raus an 1, 2, 3. Sätt ich das mir nicht wehre, die liegen zu scheiße. Hast du einen Sack über den Kopf? Das ist die Frage, wollen wir es überhaupt wissen? Ich glaube, nein. Okay. Immer gucken, dass wir irgendwo Notfallsdeckung haben. Jetzt ist scheiße. Wo wir zumindest keine Deckung haben, wollen wir sprinten. Sehr schön. Ich glaube, den Schlüssel... Den hier hat man, glaube ich, sogar dabei, oder? Ne, eintreten. Ne, entsperren, oder? Entsperren. Meinen wir, wenn wir eh gerade da sind. Können wir mal gucken. USB-Stick, nix da. Schade. Wir haben einen Skeff gefunden. Die neuen Kugeln kriegen wir auch noch rein. Ach so, wir dürfen ja nicht wechseln. Ja, das ist schon, muss Final Raid sein. Das bringt uns nichts, wenn wir das safen. Genauso wie das Ding hier. Äh, da zählst du, glaube ich, das Teil noch am meisten wert. Entsperren. Entsperren. Okay, ein Rechner, immerhin. Ah. Alkali. Abflussreiniger. Irgendwo da vorne ist ein Skeff. Vielleicht auf dem Weg zu uns. Ich versuche immer nebenbei ein bisschen zu hören, wenn ich ab und zu mal ein bisschen, ähm, einen Schritt aussetze oder sowas, versuche ich da tatsächlich was zu hören in dem, in dem Falle. Schade. Auch hier Krakermäßig leider nichts bei rumgekommen. Okay, wir sind jetzt im Oli vorne. Äh, wir haben Emmerkorn-Kontrollpunkt. Das heißt, wir müssen einmal durch, wie wir es vorhin mit dem Skeff gemacht haben praktisch. Fall um, hey. Alter, Verwalter. Bist du ein Spieler? Nein. Oh, du hast den Spieler getötet, so wie du aussiehst. Uncluded. Moinsen. Was kannst du? Ah, den Hut bräuchten wir. Ciao, Nägel. Cowboy-Hut. Auch für eine Mission. Ich glaube, bei Skier. Bin bei uns sicher. Schokolade. Dann werden wir jetzt auch da oben rein. Müssen gucken, wo der ist. Beziehungsweise ich will zumindest der aktive Part sein. Und ich warten, bis ich vielleicht über den Haufen geballert werde. Oh, hier hat einer gelootet, oder was? Ja. Ich glaube, wir müssen raus. Ah, da war tatsächlich jemand. Ja, die Waffenkist ist auch offen. Ja, alle gelootet? Ah, gut. Schade. Waren nochmal richtig viele? Gucken wir jetzt, dass wir innen rauskommen. Oha. Oha, oha. Okay. Da hat jemand Krieg gespielt. Zwar massiv Krieg gespielt. Alter. Alter. Okay, wir müssen aber da raus. Beziehungsweise wir gehen raus. Ja, einen coolen Rucksack. Dieser Rucksack ist irgendwie so ergodynamisch. Ob sich das anhört. Dass man damit tatsächlich wenig, also wenig Movement Auswirkung verliert. deswegen tragen ihn sehr viele. Und wir gucken jetzt, dass wir hier wegkommen. Aber da war ordentlich was los in der Ecke. Oha, lebe halt viel. So, wir wollen Emma kommen. so ein bisschen nach links und rechts gucken. So, da ist unser Exit. Krakas sollte es nicht sein. War aber trotzdem ein ganz guter Raid. Tatsächlich, ich finde nach wie vor jeden Raid, den wir überleben, ohne dabei hops zu gehen. Sehr, sehr gut für uns. Und nach wie vor obhin warum stehst du da? Ist bei dir falsch. What? What? Helium. Was? Ist das ein Thermal schon wieder? Thermal-Chonny. Cooler Knifter. Das Schöne ist, es gibt da keine Exit-Camper. Das heißt, klar, kann sein, dass hier einer, so wie er beispielsweise, dasteht. Ähm, aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass wir großartig am Exit tatsächlich, äh, fürchten müssen. Sagen, es ist keine Ausdauer mehr. Rechnen wir Ausdauer? Ja. Ne, A, X, N. Keine Ahnung. Erpretier Scharfschützengewehr. Alter. Noch neun Minuten. Das ist mal ein langer Raid, aber jetzt hat's, also, gegen Ende. Das ist dann noch ein bisschen komisch, dass teilweise die Bots so Blödsinn machen. Warte mal, ich würd's mir das gerne ganz normal laufen. Ja, Genf, äh, das ist halt, die Ammo ist halt krank, die er anhatte. Aber wir haben gut in den Helm geballert, wie man gesehen hat. Und wir haben gute Penetration, äh, äh, also, der Helm war ja durchgeschossen. Okay, wir sind raus. Okay, Alter, wie lang diese Waffe braucht? Bis du da mal ins Zielen kommst. Die ist so kacke lang. Damit kannst du doch nicht schießen. Gut, wenn du dich irgendwo hinlegst, okay, aber bis du da mal ins Zielen kommst mit der Kniffte. Alter, Alter, 5.000... Schön. Level 23, ein Bier, ein U-Sack und noch ein U-Sack. 26, ah, wir haben tatsächlich noch einen gekillt, wo man nicht kontrolliert hat, was für einer es war. Es war wohl der, wo der die Leiche da, die eine Leiche geflattert hatte. Äh, P90, Torax, Kopfschuss. Ja, hier, Kopfschuss war's tatsächlich. Und den anderen, den Bär haben wir einfach umgemäht. Gewissenhafter PP Gaming. Cool. Die Ziege PP Gaming. Die übernehmen ja die Namen. What the hell? Der Gewissen... Wir haben den Gewissenhaften PP Gaming umgehauen und sind Level 24 geworden. Einwandfrei, cool. Er hat massiv viel Zeug rausgetragen, aber die Folge geht jetzt auch in 15 Minuten. Ich bedanke mich für's Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. War doch ganz erfolgreich. Und das mit einer Brille, die ich nicht richtig sehen kann. Einwandfrei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht es gut. d